Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir haben es tatsächlich schon, ich weiß gar nicht, 12? Gleich 1. Und ich wollte heute eigentlich vloggen, aber ich bin gerade erst vom Geburtsverbreitungskurs wiedergekommen und dachte eigentlich, dass ich heute Morgen vlogge, aber ich habe es ein bisschen verpeilt. Jetzt bin ich gerade wiedergekommen und habe dem Markus und mir was zu essen mitgebracht. Tadin! Sieht gut aus, ne, auf den Tellern. Und ich habe mir noch Blümchen gekauft. Und ich bin überrascht, wie teuer das war. Ich habe irgendwie 10 Euro wiedergekriegt und ein paar Zerquetsche und habe 20 gegeben. Also war schon ganz schön teuer. Obwohl ich nur zwei Streuße Tulpen genommen habe, wo ich dachte, dass die 2,99 kosten einer. Aber gut, was zahlt man nicht alles für ein schönes Frühlingsgefühl zu Hause, ne? Genau, ich nehme euch heute jetzt aber trotzdem wieder mit ein bisschen. Und bin gespannt, wie dieses Video bei euch ankommen wird. Oh, das ist ganz staubig. Weil ich euch nämlich nachher noch unser Schlafzimmer zeige. Und ich bin so stolz drauf. Ich bin so schön geworden. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Guten. Markus meinte gerade, dass sein Essen ein bisschen lasch ist. Und hat sich so gefühlt vier Esslöffel Sojasauce herangeschmiert. Ein bisschen saftig. Hat er bei der scharfe Soße genommen. Ja, stimmt. Ich habe mit scharfe Soße genommen. Und Röstfügel. Ja. Und als Nachteil gibt es einen Kinderpinguin. Markus analysiert gerade unsere nächsten HelloFresh-Gerichte. Du weißt gar nichts davon, was ich ausgesucht habe. Doch, glaube ich schon. Du hast mir damit mal was getan. Also wir haben ja einmal cremiges Schweinegeschnetzeltes. Oh, Speck. Mit Spätzle übrigens. Übrigens habe ich mich, weil wir ja im Urlaub Spätzle gegessen haben, die waren so lecker. Deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt auch mal nochmal Spätzle holen. Das habe ich, das hört sich richtig gut an hier. Bulette mit Apfelspecksoße. Nein, Speck muss man weg lassen. Ja, Markus mag kein Speck, aber das sieht so lecker aus. Der Speck muss weg. Und wir haben ja diesmal immer nur drei Gerichte, weil sonst haben wir immer fünf, glaube ich, gehabt. Echt? Und das ist einfach viel zu viel. Ja, also da fühlt man sich ja so ein bisschen unter Druck gesetzt, jeden Tag zu kochen. Und ich finde, B3 war jetzt genau richtig, ne? Also wir hatten letzte Woche Schneiden. Also wir hatten letztere Woche Platz im Kühlschrank. Genau, und das ist halt auch noch der Kohlendgewege, genau. Zarte Hähnchenbrust mit cremigem Porrigemüse und scharfen Linsen. Sieht auch sehr gut aus. Ja, ich nehme euch heute Abend mit, wenn wir das wieder kochen. Aber ich habe das schon so angekreuzt in dem Wissen, dass Markus kein Speck ist. Ja, ich habe es ja letztens bei Silly auch rausgehört. Ja, und du hast es als lecker empfunden. Ich habe es rausgepult. Aber das Gericht. Ja. Obwohl es ein Speckgericht war. Ja, das ist doch jetzt, als wenn das Speck jetzt auch gestattet war. Mhm. So, ich habe mal hier meine Pflänzchen ausgepackt. Die hat die mir so schön gebunden für teuer Geld hier. So, schick. Wunderschön. Das ist übrigens Himbeere oder Brombeere? Brombeere. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe übrigens eben schon angefangen, Frieda das Kinderzimmer aufzuräumen. Also sie schafft es eigentlich schon alleine und so, bevor hier wieder Diskussionen entstehen. Aber sie räumt natürlich anders auf, als wir Erwachsenen, ne? Und da ich von ihr nicht verlangen kann, dass sie so aufräumen, wie ich es gerne hätte, mache ich das, was mich wirklich stört. Oder auch mal so Staub wischen und so natürlich alleine. Und genau, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich... Warte mal. Dass ich die Boutique, die ja wirklich immer viel bespielt wird, einfach nach da hinten so ein bisschen ordne. Weil dadurch, dass sie so viel bespielt wird, ist hier halt immer so ein riesen Chaos. Und das nervt mich ein bisschen. Ja, übrigens hat Frieda immer einen Karton in ihrem Zimmer, weil sie es liebt, mit Kartons zu spielen. Und hier hat sie sich gerade ihr Pferd gebaut. Deswegen, das lasse ich auch tatsächlich so. Also da schmeiße ich auch nichts weg. Also ich sage schon nach einer gewissen Zeit, Frieda, spielst du damit überhaupt noch? Wollen wir das nicht mal entsorgen und Ende der Woche schmeißen wir es weg oder so? Einfach, weil man kann ja auch nicht alles aufheben. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Aber ich glaube, hier wird echt ein perfekter Plink sein. Ich habe mich übrigens... Danke nochmal für euren wirklichen Zuspruch. Ich habe mich jetzt für einen... Für einen Schreibtisch entschieden, der nicht kippbar ist. Also diese Funktion haben wir viele von euch, wenn ich abgeraten habe, gesagt, dass es Quatsch ist. Also A, weil es tatsächlich auch für die Hand nicht so gut ist, in dieser Kippposition zu schreiben. Und B, ist Frieda halt wirklich ein Bastelkind und an einem gekippten Schreibtisch zu basteln. Können wir uns alle denken, ist jetzt nicht so vorteilhaft. Deswegen wird es ein Höhenverstellbarer werden. Hier ist gestern etwas kaputt gegangen, deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ja, hier sind noch Glasscherben. Das mache ich jetzt mal sauber. Ja, man schiebt immer alles von A nach B und irgendwie findet nicht so richtig seinen Platz. Kennt wahrscheinlich jede Mama. Frieda hat einfach zu viel Zeug. Aber sie spielt auch mit fast allem. Und dann sagt sie aber wiederum, er ist langweilig. Ja, ich glaube, wenn der neue Schreibtisch irgendwann mal da ist, dann wird es besser. Aber sie spielt, wie gesagt, auch so mit gerne mit Pappe und bemalt die und alles. Und dann, ja, also so richtig Instagram-like sieht unser Kinderzimmer nicht aus. Beziehungsweise wird unser Kinderzimmer nie aussehen. Also weil, okay, jetzt sieht es eh nochmal ein bisschen anders aus, weil der Teppich weg ist und so. Und die Matratzen liegen da oben wegen dem Klettergerüst. Aber die Ecke sieht immer Instagram-like aus. Fast immer. Aber ist ja eigentlich auch nicht der Anspruch, ne? Der Anspruch ist ja, oder sollte ja sein, im besten Falle, dass die Kinder sich hier wohlfühlen in ihrem Kinderzimmer, ne? Und ich glaube, mein Kind würde sich in einem schwarz-weißen Kinderzimmer nicht wohlfühlen. Von daher, alles cool. So. Puh. Ich mache weiter. Was mir gerade einfällt, beim letzten Video hatte ich ja, warte, beim letzten Blog, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich erwähnt, dass wir Harry Potter gucken. Und da gingen ja die Meinungen buchstäblich auseinander, ab wann Kinder denn weit genug sind, um diesen Film zu schauen. Ich bin der Meinung, generell unabhängig von FSK-Vorgaben sind die Eltern natürlich auch dort einzubeziehen. Also jeder kennt ja sein Kind anders und jeder weiß, okay, das macht meinem Kind Angst oder mein Kind ist eher so der schreckhafte Typ oder gruselt sich schnell, zu schnell. Und so war es eben auch bei uns und ich finde tatsächlich den ersten Teil von Harry Potter super schön. Alle anderen gefallen mir gar nicht mehr. Also gehen auch die Meinungen auseinander, ne? Ich stelle euch mal kurz hier hin. Gehen auch die Meinungen auseinander. Es soll ja auch so sein, ne? Jeder soll ja seine eigene Meinung haben. Und deswegen finde ich, dass der erste Teil für Frieda absolut in Ordnung war. Wir haben den Film ja auch gemeinsam geguckt und wir haben ihr Fragen beantwortet und sie liebt einfach Harry Potter. Also vor allem Hermine auch. Und jetzt hat es gerade geklingelt und unser Shorty hat uns Post gebracht. Wir haben nämlich für die Frieda zum Fasching ein Hermine-Kostüm gekauft. Und sie hat schon heute gesagt, ob wir sie dann früher, also weil sie heute im Theater ist, ob wir sie dann früher aus dem Theater abholen können, wenn das Kostüm da ist. Und sie freut sich schon so und das wird ihr bester Tag in ihrem Leben sein. Und wirklich, die ist so, so niedlich und so aufgeregt. Deswegen heute wird, glaube ich, ein ganz besonderer Tag werden, wenn sie dieses Kostüm in den Händen hält. Wirklich, also ich bin schon so gespannt. Ja, ich bin jetzt hier fast durch. Ich werde es jetzt gleich fertig machen zum Saugen, zum Staubwischen und, und, und. Der Boden ist natürlich frei. Die Kinder haben neulich hier geklebt. Da ist noch ein bisschen Kleber auf der Erde. Muss ich mal gucken, wie ich das abkriege. Aber genau, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Ich habe mir gerade mal ein anderes T-Shirt angezogen. Ich war gestern mit meiner Freundin und die hat mir einen ganzen Schwung nochmal Umstands-T-Shirts vor allem mitgegeben. Und auch ein Kleid. Also ein ganz schönes Kleid. Warte. Da hinten. Das ist ein ganz anderes Stil, als was ich sonst trage, aber ich finde es richtig schön. Und unter anderem auch dieses T-Shirt. Und ich finde es so hübsch. Das ist jetzt eigentlich nicht meine Farbe, die ich jetzt vielleicht tragen würde. Und auch Streifen würde ich nicht unbedingt tragen. Aber hier sind auch noch welche. Voll die schönen Sachen. Also alle nur geliehen, ne? Weil braucht man ja danach nicht mehr. Aber ich finde es so schön. Ja, genau. Und ich zeige euch mal kurz einen kleinen Einblick ins Schlafzimmer. Und zwar haben wir es ja hier alles neu gemacht. Also alles neu ist jetzt übertrieben. Aber, ähm... Eine andere Farbe hier. Ähm, haben wir uns ja jetzt endlich überlegt, wo alles hinkommen sollte. Und ihr habt es da schon gesehen. Das ist neu. Ähm, das ist so eine kleine Garderobe direkt am Beisterbett. Da oben sind Frieders Bücher drin, die sie abends vorgelesen bekommt. Und, und ja, irgendwie brauchten wir noch was, wo wir irgendwas anhängen können. Und, ja, hier hat sich das irgendwie nicht so richtig angeboten, weil irgendwie war kein Platz. Und jetzt zeige ich euch mal den ersten Blick in unsere neue Wicke-Ecke. Also, warte, hier liegt noch das Laken von uns. Von dem da wegräumen. Und, ähm, ich zeige es euch mal. Sieht das nicht schön aus? Also, die Wicke-Kommode ist ja von Pinolino. Die haben wir bei 1000 Kind bestellt. Und, ja, das hatte ich euch ja auch schon in einem anderen, ähm, Haul, glaube ich mal, gezeigt. Hoffe ich. Ja, Hakuna Matata. Jetzt kommt bald demnächst noch die, ähm, Wickelauflage. Die kriege ich, glaube ich, von meiner Freundin. Ähm, und den Wicke-Bezug, den habe ich auch bei Lalu. Also, genauso wie die Bettschlange wird die Wickelauflage das gleiche Muster haben. Ja, und das hier habe ich noch bei Frieda im Schrank gefunden. Das werde ich jetzt mal einpacken, weil tatsächlich Winden habe ich noch gar nicht. Ähm, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich, ähm, Lillidoo oder Pampers nehme. Also, es sind jetzt hier Dreierwinden. Die hätte ich von Frieda noch über. Habe ich jetzt einfach mal hier hingestellt. Genau, ähm, und das ist unser neuer Fernseher. Ja, es ist ein Fernseher. Man mag es kaum glauben, aber der Beweis liegt auf der Hand. So. Jetzt mache ich ihn an. Da, 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 da. Genau, und wieder aus. Ja, also dazu werde ich dann aber im Wickeltisch-Update mal eingehen. Und dann habe ich noch, oh, der flackert aber, ne. Dann haben wir uns jetzt entschieden, das Regal hieran zu machen. Das hatte ich euch ja auch schon, glaube ich, bei Instagram schon erzählt, dass ich das bestellt hatte. Und diese beiden Holzdinger, die haben wir auch schon gehabt, ähm, die haben wir im Büro eigentlich dran an den Schränken, damit wir da unsere Rücksäge anhängen können. Voll schön. Ähm, ich bin richtig zufrieden. Also auch, äh, da hinten mit dem Regal. Und ich finde es einfach so, 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 so schön. Und ich freue mich schon tierisch, wenn ich euch den Wickeltisch dann zeigen kann. Ähm, ich spare mir jetzt die Ab, die Abstimmung, weil ich werde auf jeden Fall ein Wickeltisch-Video drehen. Weil ich es einfach hier total schön finde, wirklich. Also, hier unten muss noch, äh, meine, meine Sockenkiste muss irgendwo anders noch hin. Aber, ähm, ja, hinten haben wir auch eine indirekte Brüder, das habe ich schon erzählt, ne. Ja, ich bin so schön. Und ich freue mich schon, ich habe vorhin, ich hatte heute Geburtstuhl, das habe ich euch ja schon gesagt. Ich stelle dich mal kurz in. Ich freue mich einfach auch schon mega, also, ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass ich das sage. Ich freue mich einfach schon mega auf die Wochenbettzeit. Also, ähm, bei Frieda habe ich das Wochenbett ja überwiegend eigentlich im Wohnzimmer verbracht und überwiegend auf der Couch gelimmelt. Einfach weil unser Schlafzimmer, es war schon gemütlich oder so, ne, aber es war jetzt irgendwie nicht so der Rückzugsort, den man sich halt irgendwie gewünscht hätte. Weil einfach auch der Wickeltisch, äh, in ihrem Kinderzimmer stand und so. Aber hier, ich freue mich einfach hier die Zeit zu verbringen, im Familienbett, dass wir alle zusammen kuscheln, ausschlafen, dass wir uns kennenlernen und, und dass wir Filme gucken zusammen. Und dass wir uns so eingrooven und ich freue mich da richtig drauf, wirklich. Also, ich, so, ich kann es einfach gar nicht mehr abwarten. Also, der Kleine soll ruhig noch drinne bleiben, ne, das versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt in der 34. Woche, er kann schon noch ein bisschen warten. Ähm, aber ich freue mich einfach mega auf die Zeit und, ach, ich bin voller Hormone. Ach, ja. Ich finde es einfach auch so gemütlich. Kennt ihr das, wenn man einen Raum hat, wo man sich einfach richtig wohl fühlt? So einer ist das hier. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, wenn ich meinen Schwangerschaftsupdate drehe, also, morgen habe ich einen Frauenarzttermin übrigens, wenn ich dann meinen Schwangerschaftsupdate drehe, ähm, will ich mich aufs Bett setzen mit dem Hintergrund. Hier, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich weiß nicht so richtig, wo ich die, äh, Kamera dann hinstellen soll. Aber, ich glaube, es sieht ganz schön aus. Hihi. Ja, jetzt habe ich fünf Minuten gequatscht. Tut mir leid. Ich glaube, es wird auch wieder so ein Quatsch-Vlog wie das letzte Mal. Aber ganz wieder haben wir geschrieben, dass die die Musik nicht unbedingt brauchen. Ähm, ja. Aber am Sonntag übrigens, Leute, kommt unser Video online, unser erster Winterurlaub und unser letzter Urlaub zu dritt. Das ist so krass eigentlich. Das kommt jetzt am Sonntag online. Da steckt ganz, ganz viel Arbeit drin. Also, da müsst ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmen und euch berieseln lassen, weil es ist wirklich ein schönes Video geworden. Da freue ich mich schon auf euer Feedback. Aber jetzt machen wir erst mal weiter hier im Alltag, ne? Ich glaube, ich werde mich aber ein bisschen hinlegen. Ich werde mir erst mal ein Team machen und dann werde ich mich, nee, ich werde mich an den Laptop setzen. Ich muss noch ein paar E-Mails schreiben. Aber ich fühle mich so, was habe ich schon mal gesagt, ne? Ich bin so eine Trantüte, wirklich. Das letzte Mal schon, ich muss mich mal nebenbei umziehen. Ähm, was wurde irgendwas? Das letzte Mal schon, als ich bei meiner neuen Frauenärztin jetzt war, ähm, sollte ich ja meine Befunde von der alten Frauenärztin mitbringen. Und das hatte ich, äh, irgendwie vergessen gehabt. Und morgen habe ich jetzt den Frauenarztterminen. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was ich in den letzten vier Wochen nicht gemacht habe. Ja. Die Befunde abgeholt. Ja. Aber, was sagt man, wie sagt meine Mutter immer so schön, was du nicht in den Bähnen hast? Warte mal, was du nicht in den Kopf hast, hast du in den Bähnen. Ja. Habe ich. So, ich ziehe mal meine Hose an. Also ich ziehe mir übrigens nur noch, ich ziehe nur noch selten meine Jeanshose an. Wirklich, also, wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Beziehungsweise, wenn man mal irgendwie ein T-Shirt tragen möchte. Aber im Leggings-T-Shirt sieht man nicht so schön aus. Ansonsten wirklich trage ich eigentlich fast nur noch Leggings. Also der Wickeltisch eignet sich auf jeden Fall voll gut zum Vloggen. Das Licht ist hier schön, ne? So. Ich mag das T-Shirt total gerne. Ich finde es richtig schön. Ich gehe jetzt mal los, aber ich nehme euch mal nicht mit, weil draußen vloggen ist immer so ein bisschen blöd mit den ganzen Menschen. So, Melli ist jetzt gerade, ähm, ich zeige sie gleich. Ähm, beim Frauenarzt noch was abholen. Und ich habe Frieda abgeholt und Friedas Paket kam ja. Frieda hat sich nämlich ein Kostüm gewünscht. Nämlich, welches? Müsst du mal zeigen? Okay. Wer bist du denn? Hermine. Mein Hermann Potter. Yeah. Damit wollen wir jetzt nämlich Melli überraschen. Ich durfte ihr nämlich keine Fotos schicken, weil Frieda wollte sie überraschen, ne? Verzauberst du Mama jetzt? Sag mal einen Zauberspruch. Vergari und Vignosa. So, wir haben Melli gerade am Fenster gesehen, ne? Also wird es jetzt bestimmt gleich klingeln. Wie siehst du denn aus? Witzig, ne? Voll anders. Hey, ich habe dich mit jemandem gesehen. Mia, die ist weitergedacht. Kommt rein. Passt auch mega gut, ne? Hast du schon mal ein Foto meiner Oma geschickt? Ne, wir haben noch gar keins gemacht. Voll cool. Vor allem die Haarfarbe. Das sieht so anders aus. Mhm. Ist jetzt alles gut. Ich habe dir auch was mitgebracht. Aber zum Teil. Für uns alle. Guck doch mal rein. Siehst du auch schon auf der Verpackung. Donut? Ja. Und falls du den Donut nicht möchtest, ich kenne doch mein Kind, da habe ich dir noch eine Brezel mitgebracht. Ja, mit Butter? Ja. Ja, ja, ja. Frieda ist lieber eine Brezel. Ja, also ich bin wieder zu Hause. Ne, ich mag nicht, danke, mein Chef. Ich bin auch wieder zu Hause, habe alle meine Unterlagen bekommen. Und hier sind noch Brezel. Einmal richtig schon. Ja, richtig. Habe ich von Conny ausgeliehen bekommen. Ja, habe ich euch schon erzählt, ne? Ich muss jetzt gleich nochmal googeln, aber ich glaube ja, dass Hämoglobin Eisen ist, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war ja diese Untersuchung hier am 12.12. Da habe ich Hämoglobin 11,2. Das, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, oder? Eigentlich vom Eisen. Weil ich ja mir immer so einen Stress mache mit dem Eisen jetzt, ne? Aber eigentlich ist 11,2 jetzt gar nicht so schlecht. Wenn das Hämoglobin... War nicht 13, dass dann unter 13 darf es nicht gehen? Doch. Doch, ja. Doch, doch. Ne, ist das für Geburtshaus? Nein, das glaube ich nicht. Irgend so was war. Du warst recht nah dran. Deswegen hast du auch mal gesagt, es solltest du nicht. Okay, dann muss ich nochmal auf jeden Fall jetzt erst mal googeln. Nun gut, also werden wir uns jetzt mal ans Essen machen. Obwohl ich der Frieda und mir gerade eine Brezel mit Butter gemacht habe. Aber das Essen dauert ja auch einen Moment. Und ja, muss ja auch irgendwie vorbereitet werden. Deswegen setzen wir uns jetzt mal ans Essen. Markus kommt auch gleich. Der hat schon gesagt, der hat halt irgendwie sogar keine Motivation für irgendetwas. Aber da kriegen wir schon irgendwie hin. Heute gibt es das Family Highlight. In Bleu. Ihr wisst ja, wir arbeiten jetzt schon das zweite Mal mit HelloFresh zusammen. Ich hatte HelloFresh ja bisher immer nur privat genutzt. Und jetzt arbeiten wir schon das zweite Mal zusammen. Was ja darauf schließen lässt, dass wir einfach sehr, sehr zufrieden sind. Sogar noch geflogen. Ich habe es gleich kurz gesagt. Voll süß. Ich gucke gerade, was ist denn das für eine Kiste. Und tatatata. Ein Ei. Das kann man für viele aufnehmen. Sieht aus wie so eine Mafia. Wenn man hier noch Lächeln reinmacht. Blätter der Petersilie abzupfen in den Mix. Zupf geht in drei Sekunden in Stufe 8 zur Klammer. Die Hälfte davon eine Klammer Schüssel umfüllen. Den Rest mit einem Start. Bist du Bescheid? Bist du Bescheid? Aua! Das war ganz schön heiß. Aber... Das musst du mal darauf zeigen. Da stand doch nur, dass man den Aufsatz rausnehmen soll und dass der Aufsatz heiß ist. Vorsicht heiß, ja. Ich sehe es. Ja, war ja wieder klar, ne? Aber hier, Markus macht die Soße gerade. Mit Äpfeln, Zwiebeln und Sahne. Frida gibt es zum Trinken heute eine kleine Smoothie. Da wird sie sich freuen. Das ist Fridas Teller. Ja, bei mir ist ein bisschen mehr. Ja, anrichten ist nicht so unsass, aber es sieht trotzdem mega lecker aus, oder? Das schmeckt gar nicht gut. Das schmeckt gut. Ich bin auf jeden Fall super satt. Die Beine chillen jetzt gerade auf der Couch. Und ich bin satt. Ich bin voll. Und mir schmeckt das Essen voll. Ja, Frida ist überhaupt nicht begeistert von dem Essen. Mir schmeckt das Essen voll. Also mir hat es wirklich lecker geschmeckt, muss ich sagen. Wir haben es ja ohne Speck gemacht. Also eigentlich war da noch Speck dabei, aber Markus mag ja keinen Speck. Und ich, also ich finde es super lecker. Ich finde allgemein, es gab wenig Rezepte von HelloFresh bisher, wo ich gesagt habe, bleh. Also wenn, dann waren es so Sachen, wo man sagt, ja, war okay, so. Aber brauche ich jetzt nicht nochmals, so. Aber immer leckere Sachen dabei. Übrigens, und für alle, die jetzt fragen, das Kostüm von Hermine hier, von unserer Frida, habe ich bei Amazon bestellt. Hab ich bestellt. Hat Markus bei Amazon bestellt. Und ich hat es ausgesucht. Und Frida hat es ausgesucht, meine Güte. Und wir sind richtig begeistert. Also die Perücke war ja auch dazu. Auch die Qualität ist angemessen. Die Perücke war ja auch noch dazu. Und der... Und der Zauberstab war auch dazu. Und ich verlinke euch das gerne mal unten in der Beschreibung, weil ich weiß, dass die Leute fragen werden. Hier, genau. Das ist die Perücke. Ja, danke. Frida, du sollst die nicht so rumeiern, sonst verfilzt die so doller. Wir hatten nämlich schon mal eine Perücke, ne? Und eine Bibi, ne, ähm, Pipi Langstrumpf-Perücke. Bringst du das einmal bitte in dein Kinderzimmer? Damit ist das schön ordentlich weg, aber ordentlich, ne? Sonst verfilzt das so. Und das kannst du über deine Leiter legen. Morgen ziehst du das sofort an. Ja. Jetzt möchte ich am liebsten morgen schon in der Kita einziehen. Mal gucken, ob sie es bis dahin vergessen hat. Aber sie ist so glücklich. Und der Schal. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hatte Frida übrigens auch Donuts mitgebracht, aber die hat jetzt so schlecht gegessen, dass ich ihr leider keinen Donut geben kann. Oder wie habt ihr das? Gibt es Nachtisch immer? Oder nur, wenn man gut gegessen hat? Also ich entscheide das immer aus dem Bauch heraus, wenn ich gesehen habe, okay, sie hat was gegessen, sie hat es wirklich probiert, oder sie ist satt. Oder ob sie einfach nur rummäkelt und in der halben Stunde sagt, sie hat wieder Hunger. Weil manchmal ist es so, dass sie sich dann mit Süßigkeiten satt essen möchte. Und dann sage ich, nee, gibt's nicht. Ne, Markus? Genau, so. Wir werden jetzt, Markus wird jetzt mit der Frida Zähne putzen gehen. Okay, wir haben nur 10 Minuten. Zähne putzen gehen und dann geht's ab ins Bett für Frida. Und heute ist eigentlich Bachelor-Time, ne? Aber wir haben ja schon Bachelor geguckt. Wir wissen schon, wer rausfliegt. Wir wissen schon, wer rausfliegt. Also ihr jetzt auch. Heute ist ja Donnerstag. Ja, mal gucken. Der Kleiner ist so aktiv. Das ist so schön. So schön. Ich bin wirklich so gespannt, wie, was die Ärztin morgen sagt, ob der schon runtergerutscht ist, ob er schon im Becken liegt. Weil ich wirklich finde, dass ich besser Luft bekomme. Auch der Bauch sitzt ein bisschen tiefer. Vielleicht hat er sich aber einfach nur eingekrungen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und das werdet ihr dann natürlich im nächsten Schwangerschafts-Update. sehen, weil ich plane jetzt eigentlich schon, ich wollte jetzt eigentlich schon die Tage eins drehen, aber ich wollte mindestens den Frauenarztbesuch noch abwarten. Und eigentlich wollte ich auch das Aufklärungsgespräch im Geburtshaus noch abwarten. Aber das ist dann auch wieder erst Freitag. Ich muss mal gucken, ob ich das drehe. Genau, aber Wickelkommoden-Update. Wickelkommoden-Video wollte ich jetzt die Tage drehen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag hier, Leute. So schnell kann es gehen. Die Frieda ist im Bett und schläft. Ich habe sie heute wieder in den Schlaf begleitet. Hat sie sich gewünscht. Und der Markus, der sitzt hier. Was machst du? Bild im Raum. Bild im Raum. Ich zeige es euch mal. Ach, meine Kamera sieht so viel blau aus. Schick aus. Das sieht mal blau. Das sieht bei dir gut aus, ne? Ja, das sieht bei mir richtig gut aus, ja. Wer sich jetzt fragt, was das ist, das war auf Sansibar. Ich glaube nämlich, dass Markus ein Bild ausdrucken möchte fürs Schlafzimmer. Kann das sein? Ja. Ich soll das nicht erst... In dreieinhalb Stunden. Achso, zum Walddienstag? Ja, aber nicht ausdrucken, sondern groß. Also für Schlafzimmer, ne? Ah, da würde ich es aber gerne ein bisschen wärmer. Ja, aber ich würde, ich werde wahrscheinlich nicht das nehmen, weil es dir eh zu dunkel ist. Aber ich dachte mir, ich habe mir so ein paar, die ich gut finde. Ich würde nämlich wahrscheinlich eher... Oh, ist das spannend. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals erzählt habe, aber das Bild da oben, das hat ja Markus ja auch selber gemacht. Also, selber ausgedruckt und, ja, selber geschossen tatsächlich, von Aida runter. Ich finde, wenn man es weiß, dann ist es irgendwie noch was anderes. Das ist schon ganz schön blau, ne? Ja, aber es ist wirklich ein geiler Farbstich. An der Wand. Das könnte unmöglich sein, ja. Also es ist mal... Was anderes, ne? Ja. Weiß halt noch nichts, ob es mir gut genug gefällt. Schwierig. Ich finde ja da immer, wir haben ja so viele... Ja, Sansibar war wirklich so viele schöne Fotos, ne? Ja, das stimmt. Gar nicht so einfach. Boah, das eine Foto ist so schön. Ich zeig's euch mal. Ist das nicht sogar online? Ich weiß gar nicht, ob ich das online gestellt hatte. Ich glaube, bei dir ist es so... Schönes Bild. Ich liebe es. Das möchte ich beim Bett haben. Doch, ich muss auch gerade schön das mit Frieda essen. Das finde ich voll schön. Ja, ich werde mich jetzt... Ach, hier war auf die Couch liegen. Ich bin ganz schön rund hier. Ja gut, das kann ich jetzt nicht zeigen, ja. Und wirklich schöne Bilder. Ich werde jetzt, glaube ich, den Blog beenden. Ähm, ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. War ein bisschen Quatsch-Vlog mal wieder, ne? Aber ihr habt es selber abgestimmt quasi. Ihr habt es selber in der Hand gehabt. Ähm, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit am Start. Und vergesst nicht, am Sonntag kommt der Urlaubs-Vlog online, wo wir quasi unseren letzten Urlaub zu dritt genossen haben. Mit unseren ganzen Highlights und Pferdekutsche fahren und Eislaufen und Skischule von Frieda. Und, ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Video. Also, wir sehen uns am Sonntag und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Also, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.